Was ein Zufall, da liegen jetzt genau die Kugeln rum, die ich brauche. Der gefällt mir nicht so gut, das gefällt mir schon besser. Ich habe noch, ich meine, es ist halt nun mal häufig der Fall, dass man auf Turnieren irgendwo spielt und wartet man, bis man drankommt. Und dann sieht man natürlich, was andere Spiele da manchmal für Situationen liegen haben. Und da kann man ja nichts schöner machen, als dazugucken und dabei lernen. Denn wenn ich von da draußen sitze und gucke dir zu, dann habe ich leicht zu sagen, du, der war sie wieder hart, dann kann man doch so und so und so machen. Wenn man da steht, manchmal, wie bei so einer Quiz-Sendung im Fernsehen, man weiß die Antwort dann schon, wenn man sich anguckt im Fernsehen. Nur wenn man da sitzt, fällt es einem einfach nicht ein. Und so ist es hier auch. Da hatte ich mal eine Situation, da hat ein Spielerspielsituation gehabt, genau das da, weiße Klemm da drin. Absolut eigentlich gar nichts zu spielen aus so einer Situation. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kugeln hat er noch zu spielen, die schwarze da hinten eingeklemmt. Und dass der jetzt in dem Moment nicht auf die Idee kommt, da einfach in einem Stoß alle vollen reinzumachen, ja, die schwarze über Bande hier nur vor die Tasche zu legen, die weiße über drei Banden hierher kommen zu lassen und dann die Partie auszustoßen. Ich kann sowas nicht verstehen, dass man das nicht merkt oder das sieht, oder? Kannst du das verstehen? Nein, siehst du. Okay, ich probiere mal. Ich haue also einfach hier drauf, dass die weiße auf diese gelbe da geht, ja. Dann läuft, wie durch runde Hand, dieser dunkelrote läuft da in die Mitteltasche. Der grüne läuft über Bande auch da in die Mitteltasche. Diese weiße trifft die gelbe, die gelbe trifft die rote, fällt da rein, die gelbe fällt da rein, die blaue fällt da rein, die rote zur Ecktasche. Die fünf, die orangefarbene, zur Ecktasche auf der anderen Seite. Dadurch, dass die gelbe hier bewegt wurde, geht die achte über Bande und läuft genau bis vor die Tasche. Und die weiße kommt über eins, zwei, drei Banden. Und dann kann ich sie machen. Hört sich einfach an. Sieht so aus. Applaus